Rauwolfia Zeichnung, Jonathan Stenner Die Rauwolfia ist eine alte, stark wirkende Heilpflanze, die vor allem gegen Herzbeschwerden eingesetzt wird. Die Pflanze, die aufgrund ihrer gewundenen Wurzel auch Schlangenwurzel genannt wird, ist in Asien heimisch. Dort wird sie auch traditionell haarfähig angewendet, besonders auch in der Aue der Heilkunde. Da die Rauwolfia giftig ist, sollte sie nur mittlichem Rat angewendet werden. Hauptanwendungen Bluthochdruck, Heilwirkung Abfremd, beruhigend, blutdrucksenkend, gifserweiternd, krampfleabsatzzeichensend, pulssenkend, stimmungsaufhellend, Anwendungsbereiche Allergien, Angst, Asthma, Depressionen, Eczeme, Epilepsie, Fieber, Heuschnupfen Hypochondiere, Insektenstiche, Magengeschw, Nervositä, niedriger Blutdruck, Dämme, Schlaflosigkeit, Schlangenbisse, Unruhe, Verstopfung, Wechseljahrsbeschwerden, Humme, ZW Absatzzeichen, Fingerdarmgeschw, wissenschaftlicher Name Rauwolfia serpentina Pflanzenfamilie Hansgiftgevixe, Apokinacee Englischer Name Indian Snakeroot Volksmlicher Name Schlangenwurz, indische Schlangenwurzel, Javir Teufelspfeffer, Pagalkada, Schlangenholz, Wahnsinnskraut Verwendete Pflanzenteile Wurzel Inhaltsstoffe Alkaloide, Monoterpin, Indolalkaloide, Papafen, Reserpin, Reginamin, Raupin, Raubasin, Aymalin, Aymalizin, Stigmastol, Tuban, Jumbim Sammelzeit Herbst Rauwolfia Zeichnung Jonathan Stenner Die Rauwolfia wird vorwiegend als Fertichtsparat eingesetzt. Sie ist eine so stark wirkende Heilpflanze, dass sie in H-Absatzzeichen-Herrndosen giftig ist. Daher darf sie nur verwendet werden, wenn sie vom Arzt verschrieben wird, gilt nicht FR-D-Home-Absatzzeichen-Opatische Anwendung. Anfangs wird meistens mit kleinen Mengen begonnen, bis man die optimale Dosis gefunden hat. Dann nimmt man Rauwolfia-PR-Apparate als Langszeitanwendung bis zu einem Jahr. Rauwolfia 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 In niedrigen Potenzen, D1, D4, eingesetzt. Die Hauptanwendungsgebiete sind Bluthochdruck und Depressionen. In diesen niedrigen Potenzen ist die Rauwolfia verschreibungspflichtig, bis einschließlich D3. In D6 wird die Rauwolfia-Serpentina zur Behandlung von Nervenproblemen verwendet. Rauweda In der Rauwedischen Heilkunde gilt die Rauwolfia als trocken und erhitzend. Obwohl der Geschmack der Wurzel bitter ist, ist ihre Wirkung auf die Verdauung scharf. Bitter wird besenftigt, Vata und Kafa werden verringert. Wegen der beruhigenden Wirkung wird die Rauwolfia im Auweda vorwiegend gegen K-Ämpfe und Nervabsatzzeichen Sehunruhe eingesetzt. TCM Traditionell chinesische Medizin In der chinesischen Medizin wird die Rauwolfia bei einer SCH-WG von Leber-Yin und Nieren-Yin oder einem Berstarken-Leber-Yin anwendet. Hauptbeschwerden FR Ihren Einsatz sind Bluthochdruck mit Kopfschmerzen und Schwindeln. Gegenanzeigen Rauwolfia P-Apparate dürfen nicht bei jedem Patienten angewendet werden, weil sie bei einigen Krankheiten Schaden-K-Absatzzeichen nennen. Bei folgenden Erkrankungen oder Situationen darf die Rauwolfia nicht angewendet werden. Arteriosklerose der Hirnifse Nefrosklerose Entzündliche Arterienerkrankungen Depressionen Schwangerschaft Stillzeit Nebenwirkungen Weil die Rauwolfia so stark wirkt, kann es zu Nebenwirkungen kommen. Folgende Nebenwirkungen treten bei manchen Anwendern auf. Kreislaufprobleme Herzprobleme Muskelschke Albummängste Depressionen Parkinson-Symptome Wenn solche Nebenwirkungen auftreten, sollte man den Arzt aufsuchen und das Mittel in Absprache mit dem Arzt absetzen. Geschichtliches Schon sehr alte auwädische Texte aus dem 7. Jahrhundert vor Christus erwähnen die Rauwolfia als Heilpflanze. Sie wurde damals gegen Schlafstabsatzzeichen, Rangen- und Nerverröerkrankungen eingesetzt. Auch zur Wundheilung wurde die Rauwolfia äußerlich angewendet. Ihren Namen Rauwolfia erhielt die Rauwolfia nach dem Arzt und Botaniker Leonard Rauwolf. Der Name wurde der Pflanze von 1703 Charles Plumy verliehen. Pflanzenbeschreibung Rauwolfia Zeichnung Jonathan Stenner Die Rauwolfia ist eine tropische Pflanze, die in Asien heimisch ist. Sie WCHST in tropischen Gebieten von Nordostindien, Himalaya-Region und Bangladesch, Sri Lanka und Indonesien. Bei der Rauwolfia handelt es sich um einen Halbstrauch, der bis zu 90 cm hoch wird. Meist ist die Pflanze aber nur etwa einen halben Meter hoch. Die Rinde des unverzweigten Stammes ist weißlich. Die bis zu 15 cm langen entspringen direkt von oberen Ende dieses Stammes. In der Mitte der B-Elte erscheinen die weiß-rosanen Blüten, die in einer Trudolde stehen. Die einzelnen Blüten haben FNF-kleine Blütenblüter. Den Beinamen Schlangenwurzel TRGT die Rauwolfia, weil ihre Wurzel schlangenartig gewunden ist. Die Rauwolfia, die Christen zur disposition des Stammes. Vielen Dank.